Ach, wir sind dahin gekommen, wo ich hinwollte. Ah, the belly! Was? Ich bin Billy. Hallo. Da ist was zum Auslutschen, komm. Ah, auslutschen. Immer wenn ich das Ding seh, denk ich mal an Pussymuff. Frag mich nicht warum. Pussymuff? Die Pflanze ist jetzt ein Pussymuff. Oh nein, das ist ein Kettensägenwixer. Ach, hillybilly. Aber der... Ach, ich hab noch einen Gas voll. Ich mag den Killer, der ist cool. Warum? Weil ich den nicht gesehen hab? Weil, man den voll einfach austricksen kann. Es wäre nett, wenn du jetzt nicht hierhin kommst. Der weiß nicht, wo wir sind übrigens. Ja, ich stehe hier in der Palette. Das weiß ich. Achso. Oh fuck. Oh fuck. Der ist genau in dem Moment da hergerannt, als ich... Oh, scheiße. Der will unbedingt das Ding kaputt machen. Der kommt. Achtung, komm. Lass den noch. Als ob... Toll. Hä? Heil dich vor. Als ob der... Ja, chill. Chill selber, ey. Ach nee, tust der eh schon. Sehr gut gedacht, Daniel. Ey, fass den nicht an. Er kommt. Die Teil lässt mich liegen. Ich bin in den Schrank gegangen. Verpiss dich! Toll, wegen dieser hässlichen Kuh kriegt er mich jetzt. Oh, ist das ein Miststück, ey. Ich hasse dich. Was muss denn? Wegen... Wegen... Wegen dieser blöden Kuh, weil der in den Schrank rein wollte, hat er mich gekriegt. Ich bin Claudette, lass mich los. Claudette mit der zarten Rosette. Er kommt zu euch. Direkt zu euch. Ich bin gefickt, Alter. Ich hing da einfach in der scheiß Ecke. Och, Mann. Wegen dieser blöden Bitch-Stab-Uppstein. Lol, hä? Ja, der Haken ist besetzt. Nein, aber meiner nicht. Aber wenn du mich in den Keller bringen, scheiße. Oh nein, der holt mich runter jetzt. Ja, dein Glück, dass du mich holst, so ein Miststück, ey. Verpiss dich einfach mal schnell. Ich muss mal ganz kurz hier weg. Verpiss dich. Okay, Operation Keller. Ich mag Hitkühler. Oh, als ob. Ist das euer Ernst, ey? Wie soll ich denn da jetzt unten reinkommen? Alles gut, lass mich sterben. Was? Nee, ich komm jetzt. Oh, ich komm jetzt nicht. Junge. Doch, ich komm jetzt runter. Ja doch, gehen jetzt runter. Ich glaub, er... Wenn der Stau lässt er mich fallen, oder? Ich glaub, er kommt. Lass mich vorgehen. Hallo? Ja! Ah! Ah! Ich muss mal ganz kurz weg. Ja, ich bin da auch nicht geil. Ganz klasse. Wie krieg ich Daniel jetzt da raus? Er holt mich nicht. Naja, er holt mich nicht. Naja, er holt mich nicht. Lass mich einfach. Vielleicht backst du fest auf der Treppe. Ist gut. Bleib da liegen. Halt dich hoch. Bleib liegen. Ist nicht wahr. Alter, wir haben noch keinen Generator gemacht, oder? Ich bin gerade sehr... Krabbel mal hoch, bitte. Oh, was soll ich denn jetzt tun? Ich bin am hochkrabbeln. Ja, krabbel mal schneller. Ja, jetzt hört er mich. Da hättest du mal schneller kommen. Wieso? Was soll ich denn jetzt machen? Klar, ich kann's nix machen. Ich bin eh doof. Ich geh mal weg. Ja, viel Spaß da unten beim Sterben. Toll. Das war sehr ungeil. Oh, er kommt echt zu mir, oder was? Ich mag den, Pilafin. Ich bin gerade in den Schrank gegangen und halt gerade... Ja, ich mag den auch. Ah, weißt du was? Shipper Ray halt einfach die Clubbeats, ey. Shipper Ray. Ah, Arschloch. Hallo heißt das, ja? Hallo, Arschloch. Hallo. Aller, aller. Haltet ruhig durch. Ich versuch mal mein Glück hier. Du hast mich sterben lassen. Ja, ganz toll. Dann mach nicht so ne Kacki da. Ich bin ganz allein. Hab dir toll gemacht. Ach. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Ach. Um... Scheiße! Hör auf zu lachen, du Kackwurst! Sauer bin ich! Kacki! Kacki-kack-kack! Ach man, warum sind die alle so grätzig, ey? Alle wollen sie einen komplett töten, ey! Soll man sogar die Blumen da verwelken! Ja, ich kämpfe! Oder auf mich! Kacki! Das kann nicht sein! Ich mag den Killer! Ach, ich nicht! Schon wieder ein Item verloren! Der Kackemann, ey! Erst gibt's Rache! Rache für den Killer! Ach komm! Ein paar Punkte hat's gegeben! Ah, schön! Wie viele? Ein paar! Gut! Ja!